Ja und jetzt nach Niederösterreich zur Hohen Wand, Max Golds und die Halter-Buhren mit der Start Nummer 4. Joa, liebe Leute, passt ganz gut auf, was euch so geht. Ein Wahnsinn, was mir jetzt übrigens passiert ist. Bleib ich auch im Bad am Nordmarkt, und wo bin ich Sie gesehen? Ich war geistert, sehr begeistert, ungekehrt. Ich konnte sie erst sehen, zu Hause, ja wie ihre Tante, ja da hat sie mich verführt, aber ich dachte, nee, nicht drin.